Kommen wir gleich zum nächsten Level. Wieder mit Soapy und Soap McTavish. Diesmal in Kombination mit dem US Marine Corps. Joint Operation. Mal gucken, was da so los ist. Jeffs Sohn, Commander der Ultranationalisten im Kampf. Auch faule Äpfel fallen nicht weit vom Stamm. Der Loyalist-Kamera weiß, wo sich der Junge aufhält. Und der Kleine weiß, wie wir Sakai finden. Die Sünden unserer Väter. Ist das nicht scheiße? Ganz stylisch im Adidas-Komplett-Jogging-Anzug. Ich denke, der fällt auf. Das könnte klappen. Walscher 1-6, wir sind in Position. Walscher 1-6 hier. Störsender aktiv. Angriffserlaubnis auf die Wachstation erteilt. Ende. So, plättern Sie auf den Müllcontainer und machen Sie sich bereit, die Wachen im Turm auf ein Zeichen auszuschalten. Der Rest folgt mir. Den hier oder was? Oh, ja. Okay, ich bin bereit. Darf ich, oder? Ach, ich schieße einfach mal. Und tschüss. Okay, ich bin bereit. Okay, ich bin bereit. ich glaube mit dem gerät kannst du auch durch häuser wenn dadurch häuser wenn durch ballern das sollte kein problem sein erst mal durch eine neue waffe du kannst du auch kalaschen kopf alle mit ihrer kalaschen kopf damit soll ich mit zum alten müll alles klar sehen wir uns mal um zieht die freundlichen klamotten an und löscht die feuer das ist schon besser ja leute da konnten wir uns gleich ein g36 schnappen dass die gegner da überhaupt mit sowas rumrennen ist ein witz eigentlich aber wahrscheinlich gar nicht so abwegig dass du hier oben bist du siehst so gar nicht aus wie ein russe mhm bravo 6 hier watcher 1 6 verfolgen einen feindlichen konvoi der auf euch zukommt ich zähle 6 fahrzeuge over verstanden niemand schießt bevor ich den befehl abzugebe hier geht es als terrorist verkleidet er ordentlich steht ihm besser ich habe das ziel im dritten mann im visier ich hoffe gerade daran vorbei wir müssen ihn lieben kriegen also vorsicht bei feuer er hat so ein beifahrer schon mal das zeitliche gesegnet wir haben gesellschaft für freundliche verstärkungen süden bahn bahn süden ok oh nein ah da bist du mein freundchen brauchst gar nicht laufen gut unterwegs sportanzug an hier ne ich verpiss dich du scheiß köter naja das kann es nicht sein ich wollte gerade drücken das kann es nicht sein so drecks köter warum scheiß voll jetzt hier mit euch köter ok das ziel bewegt sich nach Norden zu den Außenbezirken der Stadt vorsicht in diesem gebiet wir mit des vorfeindlichen verwenden over ja das macht nix erstmal hallo gesagt so vorsichtig feuern wir brauchen den Kerl lebend ich muss mich aber beeilen ja selbst schuld und muss zu töten hier lang glaube ich jetzt da oder was ich brauche mehr Money fürs G36 ach du scheiße aber hier ist ein Läppi haben wir den auch gekriegt ne wisst ihr bescheid da gehts rein da gibst du hin 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 ne diese drecksgranaten Ups, Gersi Boom, aber ich wusste es irgendwie Also da muss man echt Erstmal warten, bis der da Das geklärt hat Ich hätte fast abgeknüllt Hä? Ah Da ist er hier, da ist er So weiter, ich krieg grad Muni ohne Ende Ich glaub es ist G36 Perfekt Hier hoch, hier runter, ich glaub hier runter Geht natürlich nicht Sieh links von dir, eine Etage höher Da ist dein Treppenhaus in der nördlichen Ecke Sieh, sieh, sieben, sie wollen zurück Moment, ich hab diese Typen Okay, alle Ziele ausgescheuert, jetzt können wir weitergehen Alles klar Ja, hier hoch, genau Ein bisschen Unübersichtlich hier die ganze Sache Aber irgendwie findet man schon mich Ich klär das Ich wollte gerade so einer in der Fresse boxen Na, aber okay Kommt aufs gleiche hinaus Ja, jetzt nicht mehr Ja, Leute, das war die Mission Bis dann